Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Commentary hier. Und zwar heute wollen wir uns mal ein anderes Thema vornehmen als letztes Jahr. Wäre auch so zu langweilig, ne? Heute nehmen wir das Thema der Games in der Öffentlichkeit oder die Ruf der Games in der Öffentlichkeit im Allgemeinen. Denn das ist immer wieder ein Thema, was mich persönlich teilweise ziemlich aufregt, wenn ich da so schlecht vorbereitete Sendungen sehe im ZDF oder in anderen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die dann wieder meinen, sie hätten Ahnung und müssen dann wieder über die Schrecken der Spiele, des Spielekonsums berichten. Die bösen Ballerspiele, ey. Ja, die bösen Ballerspiele, genau, die Killerspiele, Kevin, Killerspiele sind das bitte, ja. Und die Kids, die sitzen den ganzen Tag vor der Glotze und machen nichts mehr anderes als die ganze Zeit die Killerspiele spielen, wo man den Leuten im Kopf schießt. Und werden alle zu Amor-Gläufern, ne? Ja, werden alle zu Amor-Gläufern, ne? Denn wir schießen den Killern in den Kopf wiederholt und immer weiter, ne? Bis das Magazin der ist und dann wird nachgeladen, weißt du? Also wenn ich schon wieder, ne, wenn ich sowas höre, dann rollt sich bei mir sämtliche Haare auf meinem behaarten Rücken auf. Und das sind viele Leute. Und das ist ein Thema, das ist einfach Sachen, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Und deswegen nehmen wir uns das heute mal als Thema vor. Ja, Kevin, willst du was nochmal zum Anfang dazu sagen? Ja, eigentlich hast du schon alles erwähnt von Anfang. Ich hab schon alles so grob mal gesagt, so wie das in Deutschland ist, denn man muss leider sagen, es hat sich sehr viel getan. Also man kann schon sagen, dass es sehr viel getan hat, weil wie das am Anfang war, das war schlimm. Ja, da wurden wirklich Gamer als Tiere dahingestellt, ne? Und immer noch so, wenn ich nur ein, einfach kurz einwerfen, wenn ich mal an letztens TV Total denke, wo die bei der Gamescom waren, da fing gerade mit dem Satz an, ja, auf der Gamescom sieht man nicht nur dicke, fette, blasse Jungs, sondern mittlerweile dicke, fette, blasse Mädchen. Und dann mit dem Satz hab ich dann gesagt, aha. Aha, ich hab gesagt, okay, da hat wieder eine Ahnung, was? Da hat wieder eine Ahnung, ja. Und dann haben die dann ein paar interviewt, davon alle entweder fett, waren Megagamer, die hatte so eine Jaina-Cosplay-Tante, wurde interviewt. Ja. Die Cosplays, fette Leute, die Cosplays machen. Ne, das war so ein Jaina-Cosplay und dann sie dann, ja, also es geht hier eigentlich nur Mana. Ja, was ist denn Mana? Ja, Mana ist das, was man... Ja, und kennst du noch was anderes aus der WoW? Nö, das kenn ich eigentlich nicht. Ja, nur so eine Menschen haben die interviewt. Und natürlich dann wieder... Ja, das zeigt mal wieder... Da hast du noch letztens auch noch ein Beispiel, wie eben gesagt, zum Beispiel, wo du irgendwas gesehen hattest, wo die wieder einen rausgepickt haben aus dem... Ja, ja, bei ZDF-Login haben die im Publikum wieder natürlich die gefragt, die am meisten nach Gamer-Ausland fanden, die haben mir das voll aufgefallen. Ja. Aber das ist auch wieder als Beispiel, also ich find ein Beispiel, was wirklich, glaub ich, das berühmteste ist im ganzen... Wer jetzt den ganzen Tag im Keller? ...ist das RTL-Interview, ähm, zur Gamescom, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, da haben sie sich ja richtig unbeliebt gemacht, ne? Ich weiß, ich hab mir das dreimal angeguckt, weil ich einfach so lustig fand, Leute, das ist ohne Spaß. Äh, die haben, also das erste, die fing an mit, ja, ähm, wenn sich Alien auf diese Welt begehrt, dann haben die angefangen, den Bericht anzumoderieren. Wenn sich Alien auf diese Welt begeben würden, dann würden sie wohl auf der Gamescom die nächsten Verbündeten treffen, ey. Ich hab's so geknallt, ey, ohne Scheiß. Das hat ich ja auch gesehen, aber daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Boah, das ist so lustig, ne? Und dann, äh... Und denn am nächsten, Marius, letztes Jahr war RTL ja auch wieder auf der Gamescom, da hat noch irgendwie, wenn ich glaub, guck mal nach Riegel, was Bilder auf Facebook gepostet, dass die sich nochmal hertrauen. Ja, ja, ja. Dann haben die ja, dann haben die dann in den Bericht, ne, ohne Scheiß, ey, ich hab wirklich so einen Lachkampf bekommen, da haben sie dann irgendeine, weiß ich nicht, so eine Dorfschlampe oder irgendeine Hure dann da, die sich so nützlich geschminkt hat, damit es den RTL-Zuschauern gefällt, ne. Haben sie dann so eine mächtige Expertin dann auf die Gamescom geschickt, dann da, und ist dann dann richtig angewidert, dann musste die die ganze Zeit, wahrscheinlich hat sie so Gesichtsspangen bekommen, wenn sie die ganze Zeit so angewidert da rumläuft, dann alle dann ja auch gewissen, dann hieß sie dann da rum und musste sagen, die hässlichsten Menschen dann sucht, da haben sie sich die Aufgabe gesetzt, wahrscheinlich, wer die hässlichsten Menschen zum Interviewen findet, ne, und dann haben sie die dann genommen, ey, ohne Scheiß, ey, da waren Menschen dabei, wo ich wirklich, ich war ja auch, ich glaub, vier Jahre hintereinander war ich jetzt auf der Gamescom, und ich muss sagen, da laufen teilweise Menschen rum, ähm, das ist schon heftig, aber ich mein, das ist nicht die Mehrheit, also ich, ab und zu, ich hab vielleicht, du siehst vielleicht drei Leute oder so, oder, oder riechst, aberst du sagst, drei Leute, aber in der ganzen, du weißt, wie viele das sind, wir sind samstags immer da gewesen, samstags ist so voll, dass du da wirklich, du, du kannst dich nur in zwei Schlangen einreihen, weißt du, in eine Richtung und in eine andere Richtung, du kommst da nicht raus, den Schlangen, so voll ist es da, und da, da fallen dir drei Leute auf, weißt du, die anders sind, normalerweise siehst du da ganz normale Menschen, die da rumlaufen, ja. Also, ich hab auch heute mal so, man, einfach was von der Gänse, die mal ab ein bisschen, äh, wenn man denken, die Star-Klisse, ich sag mal, ich bin ein Standard-Gamer, eigentlich viel Gamer, also, ähm, fangen wir an, ich sitze den ganzen Tag beim Keller und ich bin nichts anderes als World of Warcraft und pumpt er Geld wie Nick anders rein, ja, wenn, wenn wohl der Warcraft und nicht gehen die Server-Down sind, leidig unter Entzugsentscheidung, ich bin ein, wenn der CD kaputt ist, schreist du rum, rennt raus an die Öffentlichkeit, wirst du vor dem Sonnenlicht geblendet, und rennt dann zu deinem Freund und holst dann die erstmal eine neue Disc, und dann wieder nach Hause zu rennen, hopsen, weißt du, wie ein Hopserlauf. Ja, Markus, ist gut jetzt. Ja, nee, ist doch so, das wurde immer so dargestellt. So, also, jedenfalls, ich bin, ich will endlich zocken, weißt du, auf einmal rumschreit. Jedenfalls, also, ich bin unglaublich fett, ich bin unglaublich fettig, fressen, ganz an den Chips, alles unaufgeräumt, ich bin sehr blass, weil ich an die Sonne sehe. Kevin, du kriegst auch keine Freundin ab, das musst du auch mal sagen. Und, äh, duschen, duschenreich dann, wenn die Server-Down sind, sonst, sonst, ja, kein Teil dazu. Du musst auch mal waschen, ne? Ja, wenn überhaupt, umsonst, weiß ich nicht, ich stelle, stelle merken und Lappen holen. Wenn ich juckt, stelle merken und waschen, dann, ja? Oh, äh, geht, ey. Äh, 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 ja. Also, das ist ein Klischee, ich weiß nicht, wo die das herhaben, ähm, ich meine, die hatten das, wenn du guckst bei anderen Sachen, da hatten die immer, immer solche Klischees, ich weiß es nicht, also wir fallen jetzt grad, weiß ich nicht, alles was neu ist, die Leute haben irgendwie Angst vor neuen Sachen, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, was es ist, aber was sie selber nicht wissen, was sie selber nicht nachvollziehen können, sondern was trocken, das tun ja nicht die alten Säcke, das tun ja nur die Jüngeren. Außer Heiner. Und, äh, die können dann vor allem das nicht nachvollziehen, ja. Außer Heiner, Heiner darf das. Ja, Heiner darf das, äh, also die, 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 die verstehen das einfach nicht, weil sie selber nicht, das ist, glaube ich, der größte Punkt, weil sie selber das nicht spielen. Das fand ich bei, wir können nochmal Bezug auf Login nehmen, das fand ich da am besten, der, als Fabian Sigismund sagte, was haben sie mal gespielt, ja, also ich hab noch nie ein Shooter gespielt, ich spiele nur wie immer Tetris, aber das war es auch. Was hat die denn da zu sagen, die hat nie ein Shooter gespielt und hat keine Ahnung davon, die hat nur mal Videos gesehen, wo alle abgemetzelt werden und dann sind sie direkt die bösen, 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 bösen Kinderspiele. Und diese Berichte, weißt du, die bringen heutzutage, heutzutage, bringen die Counter-Strike, das erste Counter-Strike, weißt du, was das für eine Grafik hat und dann immer diese, diese Themen, wenn ich das schon sehe, ihr Leute wahrscheinlich, die in Zukunft, ihr spielt wahrscheinlich auch Ego Shooter und ihr wisst ganz genau, wenn man einen getötet hat, dann rennt man nicht zu seiner Leiche, die im Boden liegt und schießt dann den Rest seines Magazins auf die Leiche drauf. Wer macht denn so einen Scheiß? Ohne Witz, wer ist denn so blöd? Ja, das zeigen wir in dem Video als Standardhandel, dass du hinter rennst, wenn du einen Typ erschossen hast und dann musst du in den Boden, also in die Leiche, die ganze restliche Magazin schießen und dann müsst ihr dabei noch so lachen, so ha ha ha, also so richtig verrückt lachen, das ist, dann so stellen die das in Dokus da, Mann, in Dokus, die eigentlich dazu da sein sollen, die Realität zu zeigen, also das ist ja nicht, die sollen ja die Menschen bilden, die sollen ja nicht irgendwie eine Meinung einpflanzen, das ist ja eigentlich neutral soll das sein. Und so eine Scheiße zeigen die dann da und stellen das dann als Bericht dann hin, der irgendwie halt nicht fundiert, wissenschaftlich fundiert ist, was ja meistens überhaupt nicht stimmt. Und also das ist wirklich teilweise eine richtige Frechheit, ja, und das, es gibt also, ich hab letztens was gesehen, Professoren, da merkst du auch sofort den Unterschied, die sich damit beschäftigen, weißt du, die sagen dann direkt, dass das nicht mehr so, wie man das früher gesagt hat, betrachten kann, sondern dass das alles sich geändert hat, ne, dass die, das, ich, das, du musst dir ja mal vorstellen, viele Leute wissen das ja gar nicht, die, Spieleindustrie, die macht mehr Geld für mit einem Spiel, als die meisten Filme, ich weiß nicht, GTA 5 hat... Da siehst du auch, wie teile Spiele sind hier, Destiny ist jetzt, er überholt jetzt GTA 5, das Spiel kostet 500 Millionen Entwicklung und Fluch der Karibik, das Teil, habe ich gestern gelernt, 260 Millionen gekostet. Ja, das hat letztens alles um die Einnahmen, weißt du, da hat Rockband, also ne, oder war das, ne, oder, ne, nicht Rockband, sondern hier, äh, Guitar Hero, hat, ähm, den Budget von, äh, ich weiß es nicht, von Titanic überholt, ja, doch, äh, Guitar Hero, man, weißt du, das, also ohne Scheiß, so ein, so ein Spiel, was noch nicht mal so Mainstream ist, ne, und, ähm, das ist, das ist... Oder Minecraft, ähm, oder Minecraft, äh, es wird immer die Bühne in den Knöchspielen gesagt, das Erfolge der Spiele aller Zeiten ist Minecraft, ja, also... Ich denke, das ist immer ordentlich, okay, wenn man Wii Sports rauslässt, man noch, ne, also Wii Sports hier eigentlich... Ja, ja, aber ich meine trotzdem, das ist einfach ein Markt, wo viele Leute unterschätzen, und, äh, ich finde, das Hauptproblem ist, dass die einfach keine Ahnung haben, die haben, wurden einmal früher, äh, von diesem, äh, Vorurteil, äh, quasi, wurde die einmal besetzt, und das werden die auch nicht mehr losen, die meisten Leute haben auch keine Lust, die da irgendwas Neues, weil die sich keinen Bock haben, sich damit zu befassen, aber ich finde persönlich, wenn die keinen Bock haben, sich damit zu befassen, dann sollen sie auch die Schnauze halten, ne, und du musst noch mal bedenken, ähm, ihr müsst euch erklären jetzt, also, du hast eine Person, die noch nie ein Spiel gespielt hat, das ist das gleiche, als wenn ich jetzt sag, Bücher sind totale Verblödung, haben noch nie ein Buch gelesen, ja, das kannst du doch nicht machen, das kannst du echt nicht vorstellen, also, ich, ich, ja, das sind, äh, ja, das ist, äh, ja, das ist, ähm, ich weiß, es ist halt so, die haben sozusagen, die haben keine Ahnung davon, und du musst mal bedenken, MB3 ist das erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten, also, ob Filme, alles, alles, was Entertainment ist, das erfolgreichste Produkt aller Zeiten, so, äh, ich würde jetzt sagen, ach ja, genau, erfolgreichste Produkt aller Zeiten, und jetzt, wir, wir sind natürlich nicht gutreden, überlegt mal, wie viele Amoklover es gibt, also, der letzte große in Deutschland ist, was mir einfällt, ist Winnenden, so, ja, aber seitdem, überlegen, und wie, wie oft hat sich MB3 dann bitte verkauft, weil jetzt werden natürlich alle zu Amokläufern, das ist doch totaler Schwachsinn, und da war, ja, das ist noch vor allem, ich weiß noch, genau, und bin, in dem war der erste Satz, der Amokläufer hat mit Counter-Strike trainiert, erstmal ist Counter-Strike das blöde Beispiel, man kann mit Counter-Strike nicht mehr aimen, im Spiel, man kann nicht mehr aimen, im Spiel, und zweitens, es ist eine Fassung, dass du unrealistisch guter, der mir einfällt. Ja, vor allem, das ist ja auch, du hast ja, du bist ja nicht da, um Leute zu töten, das ist ja so unrealistisch, das Game, also, ich, ich, ich freue mich auch schon auf Oculus Rift, wie du da nachher, was das für eine, oh, was für eine, äh, 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 das geht ja jetzt schon los, die Leute lassen, lösen sich jetzt komplett von der Realität, und leben in ihrer Zwiespelt, da können sie ihre Zwie-Welt, weil ich das schon wieder gehört hab, ne, das war kein richtiger Bericht, das war nur so ein Kommentar, weißt du, da können sie ihre, ähm, ihre, äh, hier, wird jetzt, ihre, ihre wirkliche, in die virtuelle Reality komplett einsteigen, weißt du, das heißt, vorher waren sie schon halb drin, wie wir, wir leben ja auch nicht mehr im Real Life, weißt du, wir leben ja nur noch im QR, im Code, weißt du, im 001, das läuft bei uns im Hirn rum, also, pff, ohne Scheiß, äh, da grinst du wirklich, naja, also, wenn man es nicht belustigend nimmt, dann könnte man es schon fast als Beleidigung aufgreifen, aber man, ich, ich meine, man hat ja so viele, äh, so viele Kritiker da, wir sind dich schon gewöhnt, aber wenn man sich das überlegt, eigentlich, so viel, die spielen, ne, das sind die Leute, die das kritisieren, aber sowas von in der Minderheit, ne, oder scheiß, mittlerweile, ja, mittlerweile, ja, ganz klar, wie viele Games, wie viel oft sich GTA in Deutschland verkauft hat, das ist, ich glaube, das war, jeder, jeder dritte hat einmal GTA, nur in Deutschland gekauft, jeder dritte Bürger in Deutschland, also, das musst du dir mal reintun, also, das ist richtig übel, und deswegen verstehe ich auch die Leute nicht, die sind doch eigentlich in der Minderheit, und dass sie da immer noch drüber herziehen, also, wenn wir noch, weil ich gerade schon gesagt habe, MV3, erfolgreich ist in der Tempo-Zeiten, für jeden Film, und das, das spricht doch schon für sich, ja, ja, für die nicht, die Leute, die sind da ja, die sind da ja, und dann holen sie dann immer ihre Spezialfälle dann raus. Und auch was am Ende noch kam, auch was am Ende noch kam, die letzte Frage bei Lock-In, was ist für sie ein perfekter Nachmittag, was haben die von Family Games und von Ampfort erwartet? Höh, Benefit zocken. Aber, was kam als Ampfort? Äh, ein sonniger Tag draußen mit meinen Kindern, so, das kam als Ampfort, und heute postet er auf Facebook ein Bild mit seinen Frauen und seinen Kindern auf dem Spielplatz. So, mein Samstag Nachmittag postet er unter. Ja, ich, also, das ist, die wollen ja diese Klischees erfüllt haben, und die suchen sich auch sogar Leute raus. Und die sehen sich auch nicht ein, weil das war halt 99, 99% für Siegismund am Ende, ne? Ja. Von dem Voting, 99%, oder größer Ergebnis haben die ja nie, haben die gesagt, bei allen Themen. So, jedenfalls, und dann kam die Antwort, naja, es haben auch bestimmt viele seiner Abonnenten zugeschaut. Na ja, hm, komm, hör mal auf. Also, das sind nur Leute, die selber, äh, dagegen sind, und, ähm, ich finde, die sind auch wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich, die sollte man noch nicht mehr hören, das ist einfach veraltet. Die haben einfach selber keine Ahnung. Einfach, äh, ich weiß ja nicht, warum die das machen. Wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen, ich weiß, ich verstehe nicht den Grund. Was haben die für einen Grund, dass die das haten müssen? Wollen die alt bleiben? Wollen die konservativ sein? Suchen die da ihre, ihre, äh, ihre Freunde da bei den, bei den Konservativen? Ich, äh, ich, 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 wirklich, ich verstehe das nicht. Nee, die, das, wie ich schon sagst, für die ist das sozusagen, das ist was Neues, da hat man Angst, sag ich mal so. Ja, vor Neues hat man immer Angst, ja klar. Weil man das nicht kennt. Ja. Ja, aber ich, äh, das ist doch kein Grund, weil es heutzutage gibt so viel Scheiße, wenn man in Japan guckt, sag, ne? Weil die da alle für einen Scheiß haben, und das ist, da ist ja wirklich, also, was die würde die Leute dazu sagen, also, pff. Ist einfach Schwachsinn. Das ist ja, selbst das ist ja auch Vorurteil. Weil ich kann ja auch nicht sagen, was in Japan jetzt zum Beispiel vorgeht, weil, oder was die da, was die da für, für Sachen brauchen, oder die da ihre, äh, immer noch letzten Krankenscheißer wieder gesehen, was die da alles, was die da alles haben, und so weiter. Das sind ja auch nur so Berichte, die auch so gestaltet sind, das hat die Leute da die ganzen Tag da nur Mangas lesen, also das stimmt vielleicht auch nicht. Das muss man sagen, man kann so Berichten nicht verglauben, weil, weil, wir kennen doch ja das Gegenteil, wenn du mal den Gaming-Bericht anguckst, seid unbeteiligter, dann denkst du doch, wir sitzen den ganzen Tag im Keller und haben nichts anderes mehr im Leben. Das wird man denken. Das ist eine Minderheit, das ist vor allem, dass keiner, dass so ein Freaks da spielen, die total verwahrlost sind. Es gibt klar welche, die, die im Zimmer, die wie Messi's leben und im Keller sitzen, den ganzen Tag und nichts machen. Ja, und auf der Gamescom glaub mir, dass diese Menschen, das waren auch welche, die den ganzen Teil nur vorm Rechner so was, und einmal im Jahr für die Gamescom einmal vor ihre Tür gehen. Ja, aber das ist doch nicht die Mehrheit, und mein Gott, Leute, selbst dann lasst sie doch in Ruhe. Aber das ist ja genau wie, 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 das ist ja genau wie Killerspiele, da, das auch, was er Fabian Siegesmund hat, irgendwie, sind glaube ich 10 bis 20 Prozent der Spieler, die in der USK-18 Freigabe haben. Aber es werden nur die genannt, die anderen Games, sowas wie Minecraft, äh, ne, ne, brauchen wir gar nicht erwähnen, das würde es ja ein Pult in das Licht drücken. Nein. Nur die bösen Killerspiele, gibt's ja nur, spielen auch alle nur Killerspiele, es gibt nichts anderes. Ja, und vor allem, dass die ganzen anderen Menschen, weißt du, die in den Hartz-IV-Buden, da verreckt man, die die ganze Zeit vor RTL hocken. Da habe ich noch nicht eine scheiß Loku gesehen, die über diese Menschen geht, weißt du, diese verwahrlosten, das sind wirklich verwahrloste Penner. So, und, äh, die die ganze Zeit nur assitiv vorkucken und Hartz-IV kassieren. So, und, aber die lässt man in Ruhe, ne, was mit den Gämmern, die kann man nicht in Ruhe lassen, oder was? Äh, wenn ich so aus Sicht, äh, der Eltern, weißt du, die würden es noch nie besser finden, so, wenn ihre Kids, auch immer dieser tolle Modebegriff. Ja, Kids, dieser neumoderne Ausdruck, ja. Mhm, wenn ihre, die würden es noch besser finden, wenn ihre Kids, ähm, den ganzen Tag vom Fernseher sitzen und RTL gucken und dann zu zocken. Obwohl, beim Zocken hat man, erstmal, lernt man dann noch was mit, äh, sagen wir auch, als Sachen Reflexen und so. Und ich sag auch, ich glaub, die hilft meine Englischkenntnisse, aber nicht durch die Schule, sondern durch, äh, Gaming und Online mit irgendwelchen, ja, das auch, oder halt durch Zocken auch. Ja, generell Medien, YouTube und so weiter, also das ist ja alles, äh. Ja, guck mal, ich guck mal, ich glaub, durch einen PewDiePie, wenn, wenn ich mir einen Abend lang, ich guck relativ PewDiePie mittlerweile, wenn ich abends PewDiePie guck, lerne ich mehr als eine Stunde Englisch. Ja, ja. Weil, und was ich jetzt da sagen wollte, äh, weil eben noch zu Neuen, die Menschheit hatte Angst vor Neuem, sozusagen, ne? Ja. Und da, da fährend man auf Bestbeispiel ein Google Glass, das wurde immer verboten jetzt, wenn man damit irgendwelche Videoaufnahmen kann, die man auch sonst überhaupt nicht machen könnte. Ja. Also, da auch wieder, also die Angst, was Neues, nee, lass mal lieber. Mhm, ja, ist aber so die Urangst des Menschen, und ich glaub, die spiegelt sich da auch ein bisschen wieder an. Das ist das gleiche, wie ihr es angeteilt, was ich vorhin vorbeigeht, der Film-Kommentary. Hier, lass ich immer mehr Spiele als Download-Fassung und kaum noch als Retail-Fassung so sind, gerade PC-Spiele, weißt du? Ja, ja. Da läuft es nur über Steam, so jedenfalls, das ist ja auch immer diese Angst, so wie viele mal sagen, oh, ich kann hier mal eine Sammlung und Download ist voll blöd, nachher passiert irgendwann mit dem Hack oder Server und alles ist weg oder so, das ist auch so. Ja, und mittlerweile sagen alles viel praktischer und so weiter. Ja. Es ist einfach so, der Mensch möchte nichts Neues, das Gaming ist ja theoretisch auch noch neu. Wir haben jetzt vielleicht so richtig, dass es Mainstream ist, seit, wie lange haben wir das jetzt? 20 Jahre, sag ich mal, das Mainstream ist. Ne, Mainstream ist es nicht, weil, nein, Quatsch. Das ist ja erst, also ich habe mich ja mit dem, äh... Na gut, so richtig Mainstream vielleicht seit, äh, seit der Jahrtausendwende ungefähr, würde ich sagen. Ne, nein, Quatsch. Seit 2000, da war, da kam, natürlich, die PS2 ungefähr 2 und 2 raus, nachdem das los mit GTA San Andreas und so weiter mit den ganzen Tillerspiel. Ja, da, da war, da war aber auch noch die ganze total verruft, also richtig Mainstream, wo das erst, also das ist mindestens, also vielleicht zehn Jahre vielleicht. Ja, das kommt ja, nur überlegen, was ich jetzt in zehn Jahren schon getan habe an Gaming und wie das in zehn Jahren aussehen, weil ich da denke mal, in zehn Jahren, und auch in zehn Jahren, jetzt die meisten Hater sind 50+, in zehn Jahren sind die 60, 70+, und haben schuldiges gemein, aber nichts mehr zu sagen, sag ich mal. Irgendwann aussterben und dann irgendwann wird das auch vorbei sein. Ja, ich kenne kaum welche in meinem Alter, die Gaming, also es gibt welche, die sagen, äh, welche, die viel Zocken sind doof und ich kenne auch noch genug in unserem Alter, sag mal, weißt du? Ja, ich auch. Also in jetzt so, ich sag mal, im Alter 20 rum, sag ich mal, aber es, die meisten, die Mehrheit, die Zocken immerhin gelegentlich. Vielleicht reicht auch, wenn du, wenn du, also fast jeden, den ich kenne, hat GTA 5 gespielt, der Zockt sonst nie, aber GTA 5 haben alle gespielt. Ja, GTA 5, selbst wenn sie lange aufgehört haben beim Zocken, für GTA 5 sind sie wieder zurück. Das reicht doch schon. Aber wegen ist nicht so komplett abgeneigt, weißt du? Ja, ich, ich meine, ich hab auch keinen Grund, wie soll ich Leute haten. Also wir, wir, wir zocken schon viel, sag ich mal, aber was interessiert das andere? Wir sollen noch Spaß haben, woran wir Spaß haben wollen. Ja, ich war. Das ist gleiche, welche, ich kenne eine Person, ähm, die liest den ganzen Tag Bücher, die steht morgens auf, äh, also auch, äh, z.B. in den Ferien damals, steht morgens auf, mit dem Buch in die Hand und, äh, geht abends wieder ins Bett. So, äh, ist das jetzt besser, weil du was liest? Natürlich ist das Bildung, weiß ja Bücher, ne? Ja, klar, das ist ja was Gutes, ja. Aber, aber ist das jetzt, äh, was anderes, als wenn den ganzen Tag drin ist und zockst? Okay, du sitzt mit dem Bildschirm, der ja auch mal so verrufen ist, dass davon, Augen kaputt gehen, alles, was auch nicht stimmt, denke ich mal. Aber welche, ich kenne auch genug, den ganzen Tag zocken und die haben, auch ich, ich hab keine Brille oder irgendwas und zockt auch fast den ganzen Tag, wenn ich Zeit habe. Ja, ich hab's auch, ich hab's angebohnt, von daher kann ich dafür nichts. Und ich hab auf meinen Augen auch 160 Prozent, also vielleicht auch gelinken vor allem. Ja, ich hab's sozusagen gesagt, wenn ich jetzt in meinen Augen rufe, Kevin, Bock, raus, Boltz, ne Runde, dann mach ich, mach ich hier Rechner aus und los geht's. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sag, ne, äh, heute hab ich, der kann mich auch in der Eintrasse gehabt, heute hab ich Clan-Training, heute konnte ich keinen Fußball spielen. What the fuck? Ne, Clan-Training ist ja nicht, nein, 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 die stellen das ja im Fernsehen so da, heute muss ich meinen Elfen füttern. Ja, oder, 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 ich hab... Ich muss meinen Elfen ausführen, oder so. Oder ich hab, mach, ich hab Amok-Training, weißt doch. Stimmt, ja, ich muss, ich muss grad lernen, auf Leute tot zu schießen, weißt, ich muss ja üben, ihr wisst ja, dies, das, ne? Also das geht ja noch was ins Auge. Und überleg mal, wie viel, allein, weil wir grad bei Gaming waren, es gibt ja auch diesen Lerneffekt, da haben wir allein, wie viel Kreativität du im Minecraft-Out leben kannst, das hätte ich im Kunstunterricht damals nur jetzt hinbekommen, da ich nicht zeichnen konnte. Da könnte ich noch so kreativ sein, ich kann es nicht kurz auf Papier bringen. Das ist auch interessant, wenn ich mal das... Überleg mal, wie viel du durch Minecraft... Und auch, du siehst ja in Schweden, das ist ein bisschen weiter, das ist Minecraft, weil du in den Schulfachen anerkannt hast. Ja, wenn das, wenn das da schön ist, zu akzeptieren. Stell dir vor, wenn, wenn das die ganze Games-Industrie mal akzeptiert würde, weil was da am Ende noch rauszuholen ist, also ich freu mich schon ein bisschen auf die Zukunft da, was man da alles noch in Zusammenarbeit damit machen kann. Und ich denke auch, dass wir mit Oculus Rift noch viel erleben. Oculus Rift, guck das mal an, da werden wir später, als Beispiel Piloten, die werden damit super trainieren können. Denk ich auch. Als Beispiel, all so ein Kram, das wäre ja nicht nur als Spaß. Und auch der Facebook ist aufgekauft hat. Und auch der Facebook ist aufgekauft hat, denke ich... Ja, das ist ja wieder Killertraining, ne? Ja, ja, Killertraining. Nee, der Facebook ist aufgekauft hat, denke ich auch mal, dass auch sozial dann rauskommt, wie zum Beispiel, ich bin im Urlaub, ich stream für die Sorge, die können wir uns zusammen mit dem Sonntagang angucken, was weiß ich, wo im Harz. Ja, nur theoretisch, ich denke mal, Facebook wird auch Profit rauschlagen, das hätte ich sicher. Ja, die werden auf jeden Fall, die haben die das nicht ohne Grund gekauft, weil die sehr positiv dran sind. Und auch das Gaming für diese bösen Killerspiele ist eigentlich... Ich bin bisher relativ ungeeignet, weil der musste mit der Fresse aim. Ist das so? Ja. Ich habe mit meinem Kollegen jetzt drüber geredet, Arbeitskollege. Ich denke mal, es wird dann so sein, dass man das Fadenkreuz nicht mehr fest in der Mitte ist, sondern dass das variabel ist, dass man das Fadenkreuz berat steuert, weißt du? Ja, aber du nimmst es ja dann. Ja, ja, ja. Ja, okay. Oder bei so Sachen wie Wii, dass du wirklich, dass irgendwas in der Hand hast, noch womit dann aimst, weißt du? Aber irgendwie musst du es ja... Du musst das Fadenkreuz beraten, du kattest nicht mehr mit der Kamera, das aimst, das geht dann ja nicht. Nee, nee. Also irgendwann musst du dich da einfallen lassen. Ja. Ebenfalls, und das wird dann auch wieder durch die Oculus Rift als böses, böses Killertraining, dadurch sogar noch mehr. Ja, das ist aber auch wieder noch was Neues. Aber irgendwann, um abschließende Worte mal zu finden, irgendwann sind die weg, die das haten und irgendwann werden sie es alle akzeptieren, weil dann sind nämlich die daran, die davon Ahnung haben. Gut, und damit würde ich sagen, Leute, war das erstmal ein bisschen... Eine Sache möchte ich noch erwähnen, Markus. Ja, es kommt doch mal weiter. Bei unserer Politik, sag ich mal, da haben wir auch noch relativ viel Gegenwehr, sag ich mal. Also wenn wir nicht den deutschen Videospiel abreißen, dann gucken die Diskussion, dass Crysis 3 nicht gewinnen sollte, weil man 8. Titel ja nicht auszeichnen soll. Ähm, äh, sag schnell. Sag schnell, schnell, schnell. Jedenfalls, also unsere Politik ist ja auch komplett dagegen, also ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt... Sie ist ja auch an der Indizierung, in keinem anderen Land wird so viel gekattet und indiziert wie bei uns. Ja. Außer vielleicht sowas wie Nordkorea und China und so, aber... Guck mal, in der USA wird auch gekattet, ist zwar sexy und sowas, aber da wird nicht ein komplettes Spiel indiziert. Ja. Man kann doch einen 18-Jährigen nicht noch bevormunden. Man soll doch einen 18-Jährigen zocken lassen, was er möchte. Ja. Okay, das Einzige, was ich wirklich verstehe, ist, dass man Wolfenstein so vielleicht die Hakenkreuze rausschneidet. Das kann man vielleicht verstehen, da sind die Deutschen vielleicht noch ein bisschen... Ja, teilweise noch richtig. Aber angesagt, gucken wir uns Doom an, dass das damals indiziert wurde, nur weil man da irgendwelche Leute, das ist ja eigentlich wie ein heutiges Left 4 Dead theoretisch. Das soll doch ein 18-Jähriger Mann können, was er wollen. Ja, was ist mit Horrorfilmen? Horrorfilm wird teilweise sogar noch schlimmere Scheiße gezeigt. Ja, da habe ich längst einen gesehene Alter Vater. Also da ist ein Left 4 Dead gar nichts gegen, ey. Ja. Und noch guck dir, eine Sache noch, guck dir Django Unchained, dann ist ab 16, das würde in Deutschland fast indiziert werden als Game. Ja, als Game schon mal vor allem, weil du da ja selber drauf schießt. Du bist ja der Scheiße. Ja, stimmt, das ist immer noch dieser Interaktiv-Fach, du machst ja alles selber, guckst ja nicht nur. Ja, ja, ja. Ah ja. Na gut, okay, das ist so viel Dank zu Leuten, das reicht erstmal, ist ein bisschen länger geworden. Eure Meinung in die Kommentare? Ja, wenn ihr noch selber Meinungen habt, Anregungen habt, wenn ihr uns als fette Game einstellen wollt und mit uns total anderer Meinung seid, dann schreibt uns das gerne, eure Ideen, dann können wir das Kommentar dann auch schließlich entfernen. Okay, gut, also dann haut da rein, bis zum nächsten Mal und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt als Themen für uns, die wir mal behandeln sollen, auch gerne in die Kommentare, wir sind für alles offen. Na, aber vielen Dank, Kevin, und haut da rein. Ja, haut rein. Ciao. Tüdelü. Hitzige Diskussion, ich schwitze ja schon fast. Moment, wo ist denn jetzt der Beend-Button? Ich schwitze ja schon fast. Ja, ich schwitze ja schon fast, glaube ich.